Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Boar Blasters, wir starten hier eine Kampagne. Wir befinden uns hier auf einer Insel oder an Bord eines Schiffs über einer Insel. Fliege zu einer Insel und ballere. Gut, um Insel zu wählen drücke A. So, wir steuern das Ding hier. Schieße auf Blöcke und Grabe nach unten, sammle Edelsteine und Erz. Du kannst Autofeuer in den Einstellungen ein- und ausschalten. Zum Schießen drücke R, also den rechten Trigger. Wir ballern uns hier rein. Das hier gibt Edelsteine, sammle Edelsteine, um Währung für permanente Abgriffs zu erhalten. Natürlich holen wir uns das. Benutze Spezialfähigkeit, wenn der Balken voll ist. Dies lässt sich durch Blöcke rammen, ohne Schaden zu erleiden. Um Fähigkeit zu benutzen drücke den linken Trigger. Vielleicht kurz zum Hut oben links. Ich sehe hier eine Treibstoffanzeige, eben diese Leiste für die Spezialfähigkeit. Darunter noch eine Leiste, 173 Edelsteine und drei Schilde. Das soll wahrscheinlich bedeuten, dass wir dreimal getroffen werden dürfen. Und jetzt machen wir mal. Jawohl. Grabe weiter, bis du den Boden erreichst. An jeder Ausgrabungsstelle findest du spezielle Belohnungen. Das Sammeln von Edelsteinen gewährt auch temporäre Upgrades. Jetzt fülle diesen Balken, um eins zu bekommen. Okay, also das ist so quasi ein Level-Up während des Runs. Anbau erhalten. Wähle ein temporäres Upgrade. Wir haben hier ballistischer Verstärker. Schaden erhöhen. Edelsteingravitation erhöht. Edelsteinansiehungsradius. Oder Langschusslaufverlängerung. Kugelreichweite erhöhen. Wir machen mehr Schaden, natürlich. Gehen auch hier zum nächsten. Achso, die Anzeige ist wieder voll. Das heißt, wir ballern hier durch. Ist das Ding an? Ja. Chief Science Officer Coxworth Wiseclank berichtet. Ich habe unten wirklich schöne Beute entdeckt. Schnapp sie dir, wenn du kannst. Okay. Ah, und hier unten ist ein Pfeil, der nach rechts zeigt. Und da ist auch schon unsere Belohnung. Oh. Vorsicht bei Hindernissen. Achte auf deine Hüllenintegrität. Das beantwortet eine meiner Fragen. Wir erhalten auch Schaden, wenn wir irgendwo reinkrachen. Okay. Da rumst's ordentlich. Runde beendet. Ausgrabungsstelle fertig. Verdienste. 1.680 Edelsteine. Tiefe 54. Okay. Blöcke zerstört. Edelsteine gesammelt. Gegner besiegt. Ah ja, Gegner. Okay. Neue Freischaltung. Tiefenladung. Lasse regelmäßig ein autonomes Bohrmodul fallen, um einen Schacht zu erzeugen. Okay. Techschmied. Spaltungs-Sirup-Tank erhöht die Flugzeit, kostet 1000. Ein Gyrocopter-Panzerung erhöht die Anzahl der Treffer vor Hüllenbruch. Kinetischer Beschleuniger. Per Sekunde gefeuerte Kugeln, also Feuerrate. Strahlen, Bolzen, Kugelschaden. Optisches Raster, Kugelreichweite. Edelstein-Magnetspule, Edelstein-Magnet-Reichweite. Flux-Regulator. Fähigkeitenabkling-Geschwindigkeit. Also Cooldown reduzieren. Edelstein-Strahl-Katalysator. Verdiene mehr an Edelsteinen. Oh, gut. Das heißt, jeder Edelstein ist nicht 1, sondern 1,1 Wert. Spaltungs-Sirup-Tank, das kennen wir jetzt schon. Okay. Wir können uns um 1680. Entweder mehr Flugzeit, mehr Treffer, per Sekunde gefeuerte Kugeln, mehr Schaden und mehr Reichen. Also eigentlich fast alles. Ich würde mal sagen, wir geben uns mehr Schaden. Das nächste Upgrade kostet dann schon 3000. Aber, ja, nur in, nur das hier. Okay. Und somit werden auch die angrenzenden Inseln freigeschaltet. Und wir können uns jetzt hier scheinbar frei eine Insel aussuchen. Oben rechts sehen wir auch eine Minimap. Ja, gehen wir einfach mal zur nächsten Insel. Alles klar Gunnar, nicht wahr? Ich wurde damit beauftragt, den Fortschritt deiner Ausgrabungen zu überwachen. Aber zuerst wollen wir sehen, wie sich dein Gyrocopter schlägt. Überlegt. Okay. Drauf geballert. Ordentlich Edelsteine sammeln. Der Copter verbraucht zu schnell Treibstoff. Wir werden das später beheben. Aber jetzt musst du dich mit Treibstoffblöcken begnügen und sie zerschlagen, um deine Copter in der Luft zu halten. Okay. Und oben rechts sehen wir anscheinend eine Art Quest für dieses Level. Oh. Wow. Sehr cool. Wir versuchen gleich mal die Tiefenladung. Das andere ist Schaden oder Kugelreichweite. Nehmen wir mal das hier. Oh, da ist ein Gegner. Okay. Oh, und das war jetzt gerade so einer. Okay. Ähm. Gut. Die Treibstoffblöcke. Hier unten, unten rechts. Hier haben wir einen. Zack. Und es wird wieder aufgetankt. Können wir das... Ja, das können wir auch zerstören. Okay. Da haben wir den zweiten. Und einen dritten brauchen wir noch. Den sehe ich hier schon unten. Allerdings holen wir uns erst noch ein paar. Edelsteine. Wir wollen ja ordentlich upgraden. Wir haben aktuell noch genug Treibstoff. Also können wir noch ein bisschen... Oh, da ist noch einer. Sehr cool. Also können wir noch ein bisschen rum... rumeiern und ordentlich Edelsteine sammeln. Das holen wir uns auch alles. Und was ich cool finde, ist auch, dass kurz bevor diese Fähigkeit vorbei ist, gibt es eine kurze Slow-Mo. Und so kann man sich dann wieder ein wenig orientieren und schauen, dass man nicht sofort irgendwo gegen eine Wand fährt. Das finde ich cool gemacht. Gut gemacht, Kumpel. Aber pass auf, dass du ein paar dieser Schätze in die Reparatur dieses Schrotthaufens für das nächste Mal investierst. Ja? An den meisten Ausgrabungsstätten gibt es nicht so viele Treibstoffblöcke. Okay, also er legt uns stark ans Herz, auf Treibstoff zu gehen bei den Upgrades. Oh, Feuere mehr Kugeln pro Sekunde. Kugelreichweite, Schaden. Mehr Schaden. So. Ähm, ich müsste auch mal schauen. Man sieht ja auch nirgends, wie weit es noch runter geht. Wenn ich das jetzt so richtig sehe. So, erstmal. Und die müssen wir natürlich aufsammeln auch, sonst bringt es ja gar nichts. Entdeckung, neuer Gegner besiegt. Okay. So, jetzt schauen wir mal, dass wir runterkommen, weil sonst wird es. Jetzt sind wir, glaube ich, ganz unten. Neuer Block zerstört ist hier gestanden. Mehr Kugeln. Ähm. Oh, und ja, und hier ist auch unser hilfreicher Pfeil zum Glück. Nach links zeigt er. Und wir sollten uns beeilen. Oh, hier ist ein Treibstoffblock. Sehr gut. Weil sonst ist ja Treibstoff alle. Das ist nicht gut. Wir haben immer noch nicht viel. Aber ich hoffe... Ach, hier ist noch ein Treibstoffblock. Ach, hier ist noch ein Treibstoffblock. Jawohl. Nichts überstürzen. Wir haben 8000 Edelsteine. Wie cool. Wir ballern hier absichtlich irgendwie durch die Gegend, dass wir die Fähigkeit wieder einsetzen können. Okay. 9000. 17 Gegner. Ricochet Shotcaster. Kugeln werden von Blöcken und Feinden abgelenkt. Geringere Feuerrate. Okay. Ähm. Wir sollen auf jeden Fall die Flugzeit erhöhen. Das habe ich auch schon gesehen. Das ist... Machen wir gleich zweimal. Ähm. Bisschen mehr Feuerrate. Mehr Schaden. Reichweite. Ich weiß nicht. Das hier auf jeden Fall. 1700. Wir heben es uns auf, würde ich sagen. Vorerst. Und wieder werden die Angrenzenden freigeschaltet. Und... Das ist eine neue Umgebung. Hm. So sehr ich deine langsamen Abfahrten genieße, Gunnar, ich denke es ist an der Zeit, dass wir das Ganze aufpeppen. Ich erkenne auf dem Scanner ein paar Blöcke, die ein explosives Potenzial haben. Sprenge ein paar. Keine Angst, die tun dir nichts. Okay. Das ist gleich mal eine wertvolle Information. Auch ein neuer Block zerstört. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir eben neue Blöcke zerstören. Aber wir könnten mehr Schaden gebrauchen. So. Oh. Wow. Sehr cool. Okay. Wir sollen... Boah. Hier gibt es... Äh... Fünf... Vier und drei. Drei von diesen roten hier. Boah. Das ist eine riesen Explosion. Okay. Und hier haben wir ein paar dieser anderen. Und hier haben wir ein paar Blöcke, die sind nicht so, die sind medium und die anderen hier, also diese roten Blöcke sind richtig stark. So, die Spezialfähigkeit ist bereit. Wir nehmen gleich mal hier das Abprallen. Hehe. Okay. Okay. Das setten wir. Und... Jawohl. Und dann haben wir es auch gleich. Boah. Die bringen richtig was. Also diese Schatztruhen, die bringen richtig was. Das ist es, wovon ich rede. Meine Neugier ist geweckt. Ich frage mich, welche anderen Überraschungen es in dieser Gegend noch zu entdecken gibt. Ähm... Mehr Schaden. Wir brauchen Schaden. Ach, cool, wie sich hier der Hintergrund verändert. Ich will diesen roten Block. Aber wir brauchen... Wir brauchen Treibstoff. Verdammt. Warum? Oh, ich bin... Ich bin eingefroren, oder wie? So, wir sollen... Wir sollten... Schleunigst runter. Oh, was war das? Oh, was ist das? Geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Ähm... Ja, es sieht nicht gut aus, treibstofftechnisch. Runter mit uns. Das hier ist eine andere Art Edelstein. Neuer Block zerstört. Ja, wir müssen unbedingt runter. Es ist leider... So, wir müssen nach links. Ich fürchte, das wird nix. Geh weg. Was ist das? Geh weg. Äh... 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 Ja... Es ist egal. Ich glaube, es ist gleich... Ja... Hinüber. Aber wir bekommen... Die gesamten Edelsteine, die wir bis dahin... Äh... Gesammelt haben. Ähm... Wir können erneut versuchen oder fortfahren. Fortfahren, genau. Bringt uns hier wieder zum Upgrade-Bildschirm. Ähm... Und wir werden gleich mal... Hier... Das einmal... Oh, mehr an Edelsteinen. Das ist auch gut. Ja. Okay. Ähm... Ja, machen wir das nochmal. So. Diesmal mit etwas mehr... Zug nach unten. Ah... Moment. Wir haben jetzt die... Aufgabe schon gelöst. Das heißt, wir haben... Wir bekommen auch keine neue Aufgabe. Soll heißen, wir müssen... Uns nur nach unten arbeiten. Sieht das richtig? Was ja auch nicht allzu schwierig sein dürfte. So, jetzt... Die Edelsteine natürlich nicht vergessen. Wir haben schon wieder 2.000... Was? Das waren die anderen Edelsteine. Das macht auf jeden Fall ordentlich Laune. Weil sich das Gunplay einfach richtig anfühlt. Oh. Und ist jetzt auch... Kein... Kein Selbstläufer, sage ich mal. Wo... Wo man ohnehin... Äh... Jedes Level... Mit geschlossenen Augen... Schafft. Das ist durchaus auch herausfordernd. Wobei... Wobei einem dann die... Upgrades... Gut helfen, glaube ich. Die bringen auf jeden Fall ordentlich... Ordentlich Edelsteine. 7.000. Und... Also... Jawoll... Jawoll... So... Komm zu mir. Wow. Ähm... So... Runter... Mit uns. Ah... Und hier sind wir schon. Sehr gut. Also jetzt... Können wir auf jeden Fall... Ganz gemütlich... Das hier noch abbauen. 13.000 schon wieder. Jawoll... 14.000... Diese beiden... Zack... Gut... 14.000... Und... Und... Wirf regelmäßig... Bomben aus dem Fahrzeug... Okay... Ja... Mit 14.000... Wir erhöhen... Nochmal die Flugzeit... Ist glaube ich... Ganz wichtig... Oh... Neues Biom wieder... Sieht's hier aus... Okay... Das hier ist wieder Eis... Und das hier ist neu... Jetzt gehen wir mal in... Eine andere Richtung... Ein bisschen... Guna... Ich habe in einigen Erzen hier unten... Spuren von explosiven Material gefunden... Sie sind wie kleine Ketten aus Schießpulver... Die nur darauf warten... Gezündet zu werden... Probier's aus... Sehr, sehr gerne... Wenn was kaputt geschossen wird... Jawoll... Äh... Ja... Dann bin ich dabei... Ähm... Hier unten... Ein paar Edelsteine... Oh... Hier... Hier sind die Blöcke... Okay... Oh... Und hier haben wir Treibstoff... Sehr cool... Den sollten wir uns noch holen... Oh... Schauen... Zack... Fünf von zehn haben wir schon... Hier sehe ich auf Anhieb vier... Fünf... Ja... Genug... Oh... Da ist ein neuer Block... Hm... Bomben... Bomben... Mach das... Nicht viel... Okay... So... Quest abgeschlossen... Sehr gut... Das ist krass... Stell dir eine... Ader davon... Nebeneinander vor... Ich sehe in einigen dieser Minen... Viel Potential... Ja... Gib mir ähnlich... Das... Mach bestimmt ordentlich... Raums... Wenn... Wenn... Da ein... Ein ganzer... Eine ganze Reihe dieser Blöcke... Vorhanden ist... Sehr cool... Ähm... Neues Biom entdeckt... Okay... Tut das... Ah... Oh... Das macht auch... Okay... Also diese Wolken sollte ich... Meiden... Gut zu wissen... So ist das Spiel... Nämlich nicht nur... Blindes... Gegner... Umgeballere... Sondern man muss sich auch... Ein bisschen gegen die... Äh... Gegen die... Wirf mehr Bomben... Mehr Schaden... Äh... Gegen die hiesigen... Gegebenheiten... Wehren... Und... Ein bisschen... Anpassen... Da kommen irgendwelche... Wunderschönen... Gegner daher... So... Das natürlich... Zack... Und aufpassen... Weil wir... Ja... Nicht unendlich oft... Getroffen werden... Dürfen... Und... Boah... Ganz vergessen... Wir haben nicht... Nicht endlos... Äh... Treibstoff... Natürlich... Wieder ein neues Biom entdeckt... Hoffentlich... Hören da diese Wolken auf... Die mag ich nämlich nicht... Ähm... So... Wir müssen auf jeden Fall... Uns... Schön... Langsam... Aber sicher... Sputen... Wow... Was ist das? Neuer Block... Zerstört... Ein... Riesen... Eine Riesentruhe... Au... So... Es ist soweit... Äh... Wir brauchen... Wir brauchen den Boden... Unter den Füßen... Gerade nach unten... Die Stacheln meiden... Und nach unten... Nach unten... Wir brauchen... Wir brauchen... Tiefe... Ja... Neuer Block... Zerstört... Ich hab zu viel getrödelt... Ich bin so doof... Ja... Ja... Im Moment sind wir ganz unten angekommen... Zwei... Dreiundzwanzig Tausend... Puh... Einunddreißig Tausend kostet das... Ähm... Auf jeden Fall... Mehr... Edelsteine... Außerdem will ich mehr Schaden machen... Und auch... Schneller schießen... Und noch schneller schießen... Und... Okay... Ah... Das schaffen wir jetzt... Also... Grafisch... Natürlich... Kein... Kein Feuerwerk... Ähm... Allerdings... Kostet es auch nur... Irgendwie... Ich glaub... Drei Euro oder so... Aber... Es macht einfach... Übelst Laune... Wie man so schön sagt... Also... Richtig... Richtig motivierend... Finde ich... Ah... Hier wird's... Ja... Gefährlicher... Diesmal... Gehen wir etwas zielstrebiger nach unten... Außer wir finden eine Truhe... Dann lassen wir uns natürlich wieder... Ablenken... Ganz klar... Aber es ist auch zu... Zu verlockend... Genau wie diese Edelsteine hier... Ähm... Bomben... Gebt mir Bomben... So... Runter mit uns... Weit, weit runter... Und... Ohne groß... Äh... Ohne groß... Äh... Gesammelt... Zu haben... Oder gezielt... Äh... Gewisse Blöcke... Ach... Blöcke gesucht zu haben... Haben wir schon wieder fast 10.000... Okay... Streicht das fast... 11.000... Und offensichtlich... Die... Grünen... Edelsteine... Bringen nochmal... Um ein Stück mehr... Um ein Stück mehr... Trotzdem... Bleibt... Die Aufgabe hier nach unten zu kommen und noch ein wenig Rest Treibstoff im Tank zu haben... Damit wir... Das Ende erreichen können und... Oh... Grün... Und dieses Level abschließen können... Wow... Das war knapp... Oh... Das ist aber cool... Das ist sehr nett vom Spiel... Dass wir hier... Gleich richtig sind... Und ja... Ich bin gierig... Und zwar richtig... So... Jetzt aber... 21.000 finde ich gut... Gestängenwellenartillerie... Verschieße explosive Projektile aus der Entfernung... Okay... Ja... Ich glaube... Mehr Schaden kann nicht schaden... Und eben auch... Die Magnetreichweite... Ist auch gut... So... Jetzt... Oh... Schon wieder neues Biom... Und noch... Nochmal neues Biom... Und... Äh... Das... Weitert sich... Die Magnetreichweite... Ist auch gut... Irgendwie in alle Richtungen aus... Also... Wenn wir uns... Oh... Warum... Okay... Wenn wir uns... Ähm... Jetzt das... Können wir noch mehr... Irgendwie zerstören... Wenn wir uns oben rechts die Minimap ansehen... Äh... Äh... Die Richtung angezeigt... Das fällt mir jetzt erst auf... Machen wir gleich die Explos... Oh... Die... Explo... Nö... Da kommen... Okay... Das sind richtig große... Äh... Bomben... Jawoll... Hahaha... Ah... Das ist so cool... Okay... Ähm... Ja... Ich würde sagen... Das war's für heute... Vielen Dank fürs Zusehen... Bis zum nächsten Mal... Ciao, ciao...